In dem Beginn hast du nie gefunden, dass du den richtigen Weg gefunden hast, um gegen Austria zu scoren. Von dem 3. Set auf, hast du sehr hart gespielt. Was hat dir die größte Schwierigkeiten in diesem Spiel? Ich denke, die größte Schwierigkeit war, dass wir genug Druck machen, dass die Austrian-Team nicht so gut spielen können wie sie waren. Was ist dein aktuelles Mood? Ich denke, wir sind ein bisschen... Ich weiß nicht. Was sind wir? Es ist schwer, dass wir das Spiel verlieren, weil wir so nahe sind. Wie vorbereitetst du für morgen's bronze medal match? Ich denke, wir werden es unterhalten und sehen, dass wir sehr gut spielen und nicht so schlecht wie es sieht. Ja, es scheint. Und dann gehen wir für die bronze medal. Ja. Ja. Ja.